Bhagavad Gita, Vers 3.42 Die Sinne sind der toten Materie überlegen, der Geist steht über den Sinnen, die Intelligenz steht über dem Geist und er, die Seele, befindet sich sogar noch über der Intelligenz. Erklärung Die Sinne sind verschiedene Ausgänge für die Aktivitäten der Lust. Die Lust sammelt sich im Körper, aber durch die Sinne ist ihr ein Ventil geschaffen. Daher sind die Sinne dem Körper als Ganzem übergeordnet. Diese Ventile sind nicht im Gebrauch, wenn ein höheres Bewusstsein, das heißt Krishna-Bewusstsein, vorhanden ist. Im Krishna-Bewusstsein stellt die Seele eine direkte Verbindung mit dem höchsten persönlichen Gott her. Deshalb enden die Körperfunktionen, wie hier beschrieben wird, letztlich in der höchsten Seele. Körperliche Tätigkeit bedeutet, dass die Sinne aktiv sind und die Aktivitäten der Sinne zu beenden bedeutet, alle körperlichen Tätigkeiten zu beenden. Da der Geist jedoch immer aktiv ist, wird er sogar handeln, wenn der Körper still und in Ruhe ist, wie es auch während des Träumens geschieht. Über dem Geist aber steht die Entschlossenheit der Intelligenz und über der Intelligenz befindet sich die Seele. Wenn daher die Seele direkt mit dem Höchsten beschäftigt ist, werden natürlicherweise alle anderen Untergeordneten die Intelligenz, der Geist und die Sinne automatisch mitbeschäftigt. In der Katha-Upanishat wird gesagt, dass die Objekte der Sinnesbefriedigung den Sinnen überlegen sind und dass der Geist wiederum den Sinnesobjekten überlegen ist. Wenn daher der Geist ständig direkt im Dienst des Herrn beschäftigt ist, gibt es für die Sinne keine Möglichkeit, in anderer Weise aktiv zu werden. Diese Geisteshaltung wurde schon erklärt. Wenn der Geist im transzentralen Dienst des Herrn beschäftigt ist, hat er keine Möglichkeit, niedrigen Neigungen nachzugehen. In der Katha-Upanishat wurde die Seele als Mahan, die Große, beschrieben. Daher befindet sich die Seele über allen. Den Sinnesobjekten, den Sinnen, dem Geist und der Intelligenz. Deshalb ist das direkte Verständnis der wesenseigenen Position der Seele die Lösung all unserer Probleme. Mit der Intelligenz muss man die wesenseigene Position der Seele herausfinden und daraufhin den Geist immer im Krishna-Bewusstsein beschäftigen. Dies löst das ganze Problem. Einem Neuling im Krishna-Bewusstsein wird im Allgemeinen geraten, sich von den Sinnesobjekten fernzuhalten. Man muss den Geist stärken, indem man die Intelligenz benutzt. Wenn man durch die Intelligenz seinen Geist im Krishna-Bewusstsein beschäftigt und sich vollkommen dem höchsten persönlichen Gott hingibt, wird der Geist von selbst stärker. Und obwohl die Sinne stark wie Schlangen sind, werden sie nicht wirksamer sein als Schlangen mit gebrochenen Giftsehnen. Aber obwohl die Seele Herr über die Intelligenz, den Geist und auch die Sinne ist, besteht doch immer die Gefahr, durch den in Erregung geratenen Geist herunterzufallen, solange die Seele nicht durch die Verbindung mit Krishna im Krishna-Bewusstsein gestärkt ist.